Ja, wir stellen heute das Singen heilsamer Lieder vor. Die heilsamen Lieder haben eigentlich immer gemeinsam, dass es einfache Texte sind, die mantrenartig, also mit vielen Wiederholungen gesungen werden. Diese Texte haben einen tiefen psychologischen Sinn. Wir haben das Lied ausgewählt Mir selbst in Liebe begegnen. Das hat unser Freund und Pianist und Komponist aus Lüneburg, der Joachim Görke, geschrieben. Ja, und in dem Lied geht es darum, dass wir mehr achtsam und fürsorglich mit uns und unserem Körper und unserer Seele umgehen und wir mehr Selbstliebe leben und aber auch dann liebesfähiger für andere werden. Wir singen es einfach mal vor. Wir selbst in Liebe begegnen, achtsam und fürsorglich mit dir selbst sein. Auf mich in Liebe schauen, hier und jetzt verbunden sein. Hier und jetzt nicht spüren. Hier und jetzt in Achtsamkeit. Hier und jetzt nicht spüren. Hier und jetzt nicht spüren. Wir selbst in Liebe begegnen. Achtsam und fürsorglich mit dir selbst sein. Auf mich in Liebe schauen. Auf mich in Liebe schauen. Hier und jetzt nicht spüren. Hier und jetzt nicht spüren. Hier und jetzt in Achtsamkeit. Hier und jetzt nicht spüren. Hier und jetzt in Achtsamkeit.